Nein, das nenne ich jetzt absoluter Zufall. Gerade gestern erst, oder vorgestern, habe ich ein 121er Kombi Volvo in der gleichen Farbe gesehen und jetzt das gleiche Auto wieder, aber etwas dünkelbrauner innen durch das Leder. Amazon 1966, das ist jetzt mega Zufall. So seltenes Fahrzeug, auch mit Anhängerkupplung, ja, die Schweden haben das natürlich gerne. Richtig cooles Auto. Ja, wollte ich euch einfach schnell zeigen, das war jetzt einfach, ich finde das einfach geil. Ein Oldtimer und den jeden Tag fahren, der ist so geil verarbeitet, der Volvo. Ein richtiger Schwedenpanzer, auch mit den Chrom-Lichtschützern, Chrom-Stoschstangen. Das ist sehr gut im Zustand, das Auto, wirklich ganz herzlich selten. Fahrt Oldtimer, kauft euch einen Oldtimerwagen, weil da habt ihr die Show. Es ist viel geiler, wert ist erhalten und die Leute schauen viel mehr als so einen neuen Mercedes oder BMW oder weiss Gott was. Das ist doch was Cooles. Sweden with love from Sweden with love rifter, dancing, albis, presley.